Hier ist ja heute Abend bei den VW Classic ein Kostümspringen, ein Punktespringen und ich habe mit meinen Freunden einfach mal den Gag gedacht, warum machen wir da nicht mit und es war sonst immer oft die Jahre so das Klischee, dass sie sich als Bachelor verkleidet haben und dann habe ich gesagt, dann drehen wir das mal um, da verkleiden wir uns einfach mal als Bachelorette und da sind wir gerade dabei. Ich ziehe gleich noch ein Kleid an mit einer Leggings und das wird noch ganz sportlich und ich habe drei Freunde, die mit mir da reingehen, einen überreicht dann die Rose als Bachelorette und dann laufen wir Händchenhalten raus, weil wir natürlich verliebt sind, ab in die Flitterwochen und wie das dann so ist, kommt das Kleid halt weg und dann reiten wir einen Crop Top da durch und wollen das Spring gewinnen. Ich kann an einer Hand abzählen, wie oft ich mich verkleidet habe und Köller-Alarm oder wie heißt das? Harten Brauben, Neumünster, ihr wart da, wir beide, wir haben uns gefunden, einfach ehrlich. Man sagt ja, es kommt eigentlich auf den Charakter drauf an, da war ich bei ihm nicht so sicher, aber er sah einfach am besten aus von allen. Ich bin immer noch ein bisschen sprachlos, wenn man das auch hören kann und ja, ich freue mich jetzt auf die Flitterwochen, oder? Konkurrenz? Was ist das? Wir waren einfach heute die Schnellsten. Nächstes Jahr Neumünster feiern wir Einjähriges. ! kind verbales wir und went